29. Juli 2018 15.49 Uhr möchte schnell zurück ins Oberhaus, Timo Horn für den 1. FC Köln zählt nach dem Abstieg, nur die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga, es gibt für uns keine Alternative. Das ist die einzige Option, sagte Torhüter Timo Horn bei der Saisoneröffnung am Sonntag. Die Rheinländer starten am Samstag beim VfL Bochum in die Zweitligasaison. Wir werden in keinem Spiel spielerisch unterlegen sein. Wir müssen aber den Kampf annehmen, sagte Horn, der ebenso wie Nationalspieler Jonas Hector dem Klub trotz des Abstiegs die Treue gehalten hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017